DRAKOSANKTUARIUM DRAKOSANKTUARIUM Ach, Link, das sind nur Stufen. Sehr gut. Gute Aktion. Wenn man einfach von hier aus... ...hier drüber rollt... ...und durch den Raum geht, den wir jetzt auch schon kennen... ...dann sind wir auch schon wieder da, aber ich möchte jetzt erst mal dieses Vieh wegräumen, weil es wirklich extrem stirbt. Und ich kann das Vieh auch nicht leiden. Na komm. Link, du dummes Schwein! Ach, das gibt es nicht. Es nützt nicht, dieses Vieh zu besiegen, nichts irgendwie dran vorbeizuhüpfen. Ich muss es jetzt einfach irgendwie schaffen. Ja, jetzt haben wir das Vieh irgendwie in die Lava geschossen. Ah, cool. Wenn wir uns jetzt beeilen, kriegt man es hin. Da ist es ja schon wieder. Jetzt haben wir wieder nur ein halbes Herz. Außerdem wollte ich von dem Vieh erstmal noch ein Bild machen. Nee. Sehr schön, jetzt müssen wir kurz warten. Oh, das war schon wieder recht knapp. Jetzt ist hier wieder... ...eine Bombenpflanze. Mist, hat nichts vor... ...nicht geklappt. Wenn man da so einen Seitsprung macht, kommt man etwas schneller zur Tür. Und wir sind draußen beim ehrenwerten Waloo. Der... ...ziemlich außer sich scheint. Ah, hier sind wieder Treppen, die das wieder alles unterbrechen können, das Rollen. Aber das lief ja ganz gut. So, wir haben ein halbes Herz und müssen jetzt hier noch kämpfen. Hoffentlich geht das gut. Nein, nein, er hat mich gekillt, verdammt verflucht, nein! Oh, scheiße! Ja, nein, nein! Vor allem jetzt sind wir wie... Jetzt müssen wir auch erst nochmal durch diesen Raum mit dem blöden Vieh durch. Ich fasse es einfach nicht. So, die Fotos brauchen wir später alle noch. Ach, verdammt, Link. Ach, verdammt, Link. Ob wirklich nur noch einer da steht. Ah, sind wieder, beginnt wieder ganz von vorne. Steht auf. Die hab ich verprüchelt. Und da kommt der nächste. So ein richtig fettes Wesen. Oh, alles geht vorbei. Dana, bist du gekommen, um mich zu retten. Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einem bösen Streich mit dem Schweif des Ehrenwerten Waloo zu erlauben. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Zum Glück haben sie das Wort Schweif benutzt und nicht das andere. Der Schweif des Ehrenwerten Waloo hängt im Raum genau unter uns. Dort unten musst du also irgendjemand oder irgendetwas sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über diese Umstände aufklären. Dana, bitte nimm das hier und benutze es, um von ihr wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Oni, bevor wir alle Flügel bekamen. Wenn du ihn auf dem Boot benutzt, kannst du ihn in mehr verborgene Schätze heben. Das ist cool. Dana, hier lang. Wir können das jetzt natürlich machen, dass wir uns von hier aus, dann da drüben noch... Da drüben ist dann auch noch ein Greifhaken und da kommen wir nur wieder zu der Tür, durch die wir gerade hier schon durch sind. Das ist das Beste, wir speichern jetzt. Gehen zurück zum Titel. Und wenn wir dann hier wieder gestartet haben, sind wir nämlich wieder am Anfang und was wir hier machen können... Wir brauchen später noch so diese Glücks-Amulette und die können wir hier von den Typen ganz einfach kriegen. Das heißt, wir können... Also man könnte jetzt hier quasi die ganze Zeit farmen und diese Glücks-Amulette von den holen. Das mache ich jetzt nur ganz kurz, ein paar Mal. Also nicht bis ich alle habe, weil wir kriegen die restlichen noch im Verlauf des Spiels. Aber so kann man sich die quasi gleich ganz alle am Anfang holen. Wir haben jetzt sieben. Holen wir uns noch zwei. Dadurch, dass die immer gespawnt werden, wenn man den Raum wieder betritt, ist das ganz praktisch. Und dann geht es jetzt hier rein. Jetzt wird es... Oh, verdammt, der hat mich noch erwischt. Jetzt wird es ziemlich lustig. Hier gibt es einen ziemlich coolen Trick. Mal gucken, ob er gelingt. Ja, das war jetzt nicht so toll. Ja, gut. Man kann auf dieses Ding kommen. Mal gucken, ob es mir noch gelingt. Das ist ein bisschen nervig, weil hier auf einmal diese Viecher ankommen, diese Fledermäuse. Ah, Link, was machst denn du nur? Also wirklich, ich kriege gerade die Krise hier. Ich glaube, ich bin tot. Ne, ich lebe noch. Nein, 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 nein. Okay, nochmal. Das kann eine Weile dauern, aber der sieht wirklich cool aus, wenn er klappt. Na toll, jetzt bin ich wieder hier. So, und jetzt... Die Brücke steht auch wieder. Gute Brückenbauer haben wir hier. Kaputt machen. Ja, es hat geklappt. Und dann ist man nämlich sofort hier unten, skippt ein ganzes Stückchen und kann sich dann sofort an den Haken hängen. Hui. Und dann können wir hier weitermachen. Wir müssen nicht erst da drüben landen. Dadurch, dass man hier jetzt... Das so drehen kann, kommt man schnell weiter. Oh Mann, ich bin gleich wieder tot. Hä? Jetzt brauchen wir wirklich so ein Ding. Hüah! Nein! Ach, das ist... Schlimm. Und dann können wir das hier nämlich einfach fallen lassen. Hä? Ja gut, ich habe es aus irgendeinem Grund wieder aufgenommen. Und man erhält den Schlüssel. Man sollte dann da auch schnell wieder weggehen, bevor das Vieh wieder aufwacht. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen auf die Karte gucken. Was, hier gibt es Feuerflöder-Mäuse? Wusste ich gar nicht. Ja, zwei Truhen haben wir verpasst. Die holen wir uns später noch. Ne, eine Truhe. Eine Truhe haben wir nur verpasst. Hier hin, dorthin. Wow! Nein, das Mistvieh! Na gut, ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich speichere jetzt einfach mal, weil sonst haben wir den Schlüssel ja gar nicht mehr. Das ist mir gerade aufgefallen. Oh! Na, das war nice. Und dann sind wir nämlich direkt hier und dann nehmen wir einfach nochmal... den Topf und sind beim Endboss. Bin ja mal gespannt, ob wir jetzt hier eine Fee finden. Aber erstmal will ich das Vieh weghaben, dass mich das nicht mehr nerven kann. Naja, ignorieren wir es einfach. Ein gelber Rubin. Ein Ritterwappen. Jeder Schwertkämpfer, dessen Fähigkeiten ein meisternliches Niveau erreicht haben, weiß seinen Wert zu schätzen. So. Flasche ist bereit. Und die ist einfach abgehauen. Wieso kann ich die denn nicht füllen? Ich hab's gerade probiert, es ging nicht. Naja, okay. Los geht's. Leute, der Boss des Dungeons. Ich hab's gerade probiert, es geht's. Ja, das ist... Ja, das ist... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Vieh heißt. Ich glaub, auch irgendwas mit Goma. Ah, irgendwie unpraktisch, wie ich stehe, oder? Ich bin hinter dir. Ah, Mist, der hat mich erwischt. Ah, Mist, der hat mich erwischt. Und dadurch, dass wir uns jetzt über ihn schwingen, naja, das war jetzt... Und können wir mich direkt das... Komm her, gefälligst. Link! Was ist denn hier nur los? Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, immer dieses Auge ist irgendein immer ein Goma. Ah, unser erster Herzcontainer. Jetzt wird's schon viel einfacher. So, dann kommen wir hier wieder zurück. Der freut sich. Anna! Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Meduli hat mir alles erzählt. Dana, danke. Es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Dana? Aber natürlich nicht wahr, Dana. Dana, hier. Ich will, dass du dich bekommst, Dana. Wie oft soll denn da noch mein Name stehen? Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mal vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast den Steamint erhalten, ein göttliches Artefakt, das beim Volk der Oni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und wir haben es ihm weggenommen. Der Ehrenwerte Waloo möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Dana. Ja, sehr viele komische Zeichen. Gut. Nutze dem Wind die Kraft des Gottes des Windes weise. Was meint der Ehrenwerte Waloo nur damit? Gott des Windes meint er damit vielleicht den Gott des Schreins hinter dem Tunnel dort? Und außerdem hatte ich der Ehrenwerte Waloo Held genannt, Dana. In der Tat, du bist... Für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Waloo machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtige Flügel. Warte, Komori! Nochmals vielen Dank, Dana. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ja, also das Wind, den Wind, das Zeug haben wir uns jetzt ja schon geholt. Was ist denn das dort oben eigentlich? Da ist noch... Ah, keine Ahnung. Ich will mal gucken, ob ich hier mit dem Greifhaken die Bomben aktivieren kann. Gut, dann sind wir hier fertig. Ja, ich ertrinke jetzt in der Zeit. Es hat ganz den Anschein, als hätte Ganon seine Herrscher am Geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann dürfen wir keine Zeit verschwinden. Wir müssen zum nächsten Demon. Setze die Richtung und nimm Kurs in Richtung Süden. Äh, ja? Würde ich ganz gerne, aber ich komme nicht rein. Leider kann ich dich nicht an Bord lassen, bis wir einen Nordwind haben. Bei unsicherer Windlage in See zu stechen, wäre nämlich ein tollkühnes Unterfangen. Ah, okay. Und dann hat er noch was über den Gott des Windes gesagt, der hier residieren soll. Nordwind hat er gesagt. Das heißt, der Wind muss aus Norden wehen. Jetzt müsste es richtig sein. Wow, das ist ein ganz schönes Stück. Vier Felder nach unten. Nicht so hastig, Jungchen. Ah, nicht der Fisch. Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber... Außer dem großen, weiten Meer ist da ja sonst nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll denn das bitte für eine Seekarte sein? Was denn? Wie denn? Da erzählt man dir freundlich was und du machst ein Gesicht, als hättest du den Klabauter-Mann gesehen. Du bist ein sprechender Fisch, wie soll ich denn sonst reagieren? Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal, was Wissenwertes über diese Insel hier. Also fall mal geschwind deine Seekarte auf. Auf der Rückseite von Draconia der Insel hier befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast, denn ohne eine kleine Flugeinlage wirst du da leider kaum hinkommen. Aber man kann wohl nichts dran machen, also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das war's soweit von mir. Außerdem werde ich auch all meinen Kumpels von den anderen Inseln Bescheid sagen. Wenn du also hier in der Nähe einer Insel einen Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihm doch ein wenig Futter zu. Dann zeichnet er die Insel auf deine Seekarte ein und verrät dir noch eine nützliche Information obendrein. Hey, rote Leuer! Ne, roter Leuer! Damit wären wir quitt, vielen Dank! Also das ist das, was ich gemeint habe mit den Fischen, die einfach dir die Seekarte einzeichnen. Auf der Seekarte ist ja sonst nichts drauf. Auf zur nächsten Insel! Ah, hier! Schön! Noch ein paar Rubine sammeln. Da hinten ist auch ein Fischer, aber wir haben kein Futter und ich bin jetzt zu faul umzudrehen. Ah doch, wir drehen nochmal um. Müssen nochmal den Wind verändern. Da holen wir uns nämlich gleich mal ein bisschen Futter, machen noch die Inseln auf dem Weg gleich, lassen die gleich einzeichnen. Und wir enden dort auch erstmal den Part. So, irgendwo hier... Ja gut, das Rubinen-Spiel bringt mir jetzt nicht mehr viel. Naja, die nehmen wir noch mit. So, und jetzt schon nicht mehr. Dort ist er, der Laden. Nein, du sollst von Bord gehen. Hoffentlich verkauft er schon Futter. Äh, Link? Ja, hier! Oh, verehrter Kunde, bei einem Terry-Händler finden Sie alles, wonach Ihnen der Sinn steht. Oder haben Sie etwas, das Sie loswerden wollen? Wenn ja, zeigen Sie es mir einfach. Ich kaufe Sie ihn ab. Möchten Sie vielleicht etwas kaufen? Das hier ist die Futtertasche. Die brauche ich... Ja. So, da haben wir schon mal... Und jetzt kaufen wir noch ganz viel von dem Futter. Drei Portionen. Das reicht, wenn wir zweimal kaufen. Damit haben Sie jetzt zwei Punkte gesammelt. Jetzt sammeln Sie 30 Punkte und Sie werden ein VIP-Kunde. Das heißt, man muss 30 Mal bei den Terry-Händlern einkaufen. Dann nehmen wir noch eine Putt-Putt-Frucht mit. Danke! Wow, ich habe vier Punkte gesammelt. Tschüss! Wo ist denn jetzt? Ah, dort ist er. Okay, Leute, und dann beenden wir hier erst mal den Part und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!